Kapitel 5 Die Haut und der Kern Der Frühling kommt mit großen Sprüngen, springen Sie mit beiden Füßen hinein, Jax! Stiefel, Schuhe, Arbeitsschuhe, rettet Eure Sohlen, Absätze sind unsere Spezialität, drückt Sie der Schuh, Jax! Und vergessen Sie nicht, unsere neuen Geschäftsräume im East End zu besuchen, modische Kleidung und Maßarbeit, große Auswahl an Abendkleidung jedweiger Art, vom Scheitel bis zur Sohle, Hüte, Modeartikel, Gehstöcke, Stockdegen und vieles mehr, Jax am Piccadilly, wir helfen Ihnen auf die Sprünge. Inspektor Lestrade war der Erste, der eintraf. Haben Sie Ihre Männer auf der Straße postiert? fragte mein Freund. Ja, das habe ich, antwortete Lestrade, mit dem strikten Befehl, jeden, der kommt, einzulassen, aber jeden, der das Haus wieder verlassen will, zu verhaften. Und Sie haben Handschellen dabei? Zur Antwort steckte Lestrade seine Hand in die Tasche und klirrte grimmig mit zwei paar eisernen Fesseln. Nun, Sir, fügte er hinzu, jetzt, wo wir hier sitzen und warten, warum erzählen Sie mir nicht, worauf wir eigentlich warten? Mein Freund zog seine Pfeife aus der Tasche. Er steckte sie nicht in den Mund, sondern legte sie vor sich auf den Tisch. Dann ergriff er die Blechbüchse von der vergangenen Nacht sowie eine Glasfiole, die ich als jene wiedererkannte, die in dem Mordzimmer in Shoreditch benutzt wurde. Hier, bitte, meinte er. Der Sargnagel für Mr. Vernet. Zumindest hoffe ich das. Er hielt kurz inne. Dann zog er seine Taschenuhr hervor und legte sie auf den Tisch. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor Sie eintreffen. Er wandte sich an mich. Was wissen Sie über die Restaurationisten? Rein gar nichts, erwiderte ich. Lestrad hüßelte. Wenn Sie von dem reden, was ich vermute, dann sollten wir es wohl besser damit bewenden lassen. Genug ist genug. Dazu ist es zu spät, erklärte mein Freund. Denn es gibt nun mal jene Leute, die glauben, dass die Ankunft der großen Alten nicht der Segen ist, für den wir ihn alle halten. Anarchisten. Einer wie der andere. Sie hätten gern die alte Ordnung wiederhergestellt, dass die Menschheit ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nimmt, wenn man so will. Ich werde nicht zulassen, dass Sie solch aufwieglerische Thesen aussprechen, warf Lestrad ein. Ich muss Sie warnen. Ich muss Sie warnen, kein solcher Dummkopf zu sein. Denn es waren die Restaurationisten, die Prinz Franz Drago ermordet haben, niemand sonst. Sie morden und töten in der vergeblichen Hoffnung, unsere Herren und Meister dazu zu bewegen, uns in der Finsternis alleine zu lassen. Der Prinz wurde von einem Rache getötet. Ein alter englischer Ausdruck für einen Spürhund-Inspektor, wie Sie wohl herausgefunden hätten, hätten Sie in Ihrem Wörterbuch nachgeschlagen. Zudem bedeutet es natürlich Rache. Und der Spürhund hat seine Unterschrift auf der Tapete im Mordzimmer hinterlassen, wie ein Künstler sein Werk signiert. Aber er war nicht derjenige, der den Prinzen getötet hat. »Der hinkende Doktor!«, rief ich aus. »Sehr gut.« »In jener Nacht war ein großer Mann anwesend.« Ich konnte auf seine Größe schließen, weil die Worte an der Wand in Augenhöhe geschrieben waren. Er hat Pfeife geraucht. Die Asche und die Tabakreste lagen unverbrannt im Kamin, und er hat seine Pfeife auf dem Kaminsims ausgeklopft, was einem kleineren Mann nicht so ohne weiteres in den Sinn gekommen wäre. Der Tabak war eine ungewöhnliche Shack-Mischung. Die Fußabdrücke im Zimmer hatten ihre Männer größtenteils verwischt, aber hinter der Tür und unter dem Fenster fand ich noch ein paar gut erkennbare. Dort hat jemand gewartet. Der Schrittlänge nach zu urteilen, ein kleinerer Mann, der sein Gewicht auf den rechten Fuß verlagert. Draußen auf dem Weg hatte ich bereits ein paar deutliche Fußabdrücke entdeckt, und die verschiedenen Farben des Schmutzes auf dem Fußabtreter lieferten mir weitere Informationen. Ein großer Mann hatte den Prinzen in seinen Räumen begleitet und war später wieder gegangen. Erwartet wurden sie von dem Mann, der den Prinzen so eindrucksvoll aufgeschlitzt hatte. Der Strutt grummelte etwas vor sich hin, was wohl sein Unbehagen ausdrücken sollte, sagte aber nichts. »Ich habe viel Zeit damit verbracht, die letzten Tage Ihrer Majestät nachzuvollziehen. Ich bin in Spielhüllen und Bordellen, in Speiselokalen und im Irrenhaus gewesen und habe unseren pfeiferauchenden Mann und seinen hinkenden Freund gesucht. Fortschritte machte ich dabei keine, bis ich auf die Idee verfiel, die böhmischen Tageszeitungen nach einem Hinweis auf die letzten Aktivitäten des Prinzen in seiner Heimat zu durchsuchen. Dabei erfuhr ich, dass sich letzten Monat eine englische Theatergruppe in Prag aufgehalten und eine Vorstellung für Prinz Franz Drago gegeben hat. »Bei Gott!« rief ich aus. »Also ist dieser Bursche Sherry Vernon?« »Ein Restaurationist, exakt!« Ich schüttelte gerade bewundert den Kopf angesichts der ungewöhnlichen Intelligenz und Beobachtungsgabe meines Freundes, als es an der Tür klopfte. »Ah, das wird unsere Beute sein«, meinte mein Freund. »Jetzt ist Vorsicht geboten!« Lestrade steckte die Hand tief in die Tasche, wo er zweifellos eine Pistole verborgen hielt. Er schluckte nervös. Mein Freund rief laut, »herein, bitte!« Die Tür öffnete sich. Es war weder Vernon noch der hinkende Doktor, sondern einer der Gassenjungen, die sich mit dem Übermitteln von Botschaften an Trinkgeld verdienen. Im Dienste bei Lauf und Bursche, wie wir zu sagen pflegten, als ich jung war. »Bitte, werte Herren«, sagte er, »gibt's hier wohl einen Mr. Henry Camperley? Ein Gentleman hat mich gebeten, ihm eine Nachricht zu bringen.« »Ja, das bin ich«, sagte mein Freund. »Und hier ist ein Sixpence, wenn du mir sagst, wie der Gentleman aussah, der dir das gegeben hat.« Der junge Bursche, dessen Namen Wiggins lautete, wie er uns verriet, bis zuerst prüfend in den Sixpence, bevor er ihn verschwinden ließ, und erzählte uns dann, dass der muntere Gesell, der ihm die Nachricht anvertraut hatte, eher einer von der größeren Sorte gewesen sei, mit dunklem Haar. »Und«, so fügte er hinzu, »er habe Pfeife geraucht.« »Ich habe die Nachricht vor mir liegen und erlaube mir, sie an dieser Stelle wiederzugeben.« »Werter Herr, ich rede Sie nicht als Henry Camperley an, denn dies ist ein Name, den zu tragen Sie nicht berechtigt sind. Ich bin überrascht, dass Sie sich nicht unter Ihrem eigenen vorgestellt haben, denn es ist ein vortrefflicher Name und einer, der Ihnen zur Ehre gereicht. Ich habe einige Ihrer Abhandlungen gelesen, sofern es mir gelungen ist, sie zu erstehen. In der Tat habe ich vor zwei Jahren eine für mich recht profitable Korrespondenz mit Ihnen über einige theoretische Unregelmäßigkeiten geführt, Ihre Abhandlung über die Dynamik eines Asteroiden betreffend. Es hat mich abusiert, gestern Abend Ihre Bekanntschaft zu machen. Hier ein paar Ratschläge, die Ihnen in Zukunft bei der Profession, der Sie momentan offensichtlich nachgehen, einigen Ärger ersparen könnten. Erstens. Ein passionierter Pfeifenraucher mag möglicherweise eine brandneue, ungebrauchte Pfeife bei sich tragen. Vielleicht vergisst er manchmal auch seinen Tabak. Aber zusammen ist dies äußerst unwahrscheinlich. So unwahrscheinlich wie ein Theaterveranstalter, der die üblichen Beteiligungen an Tournee-Einnahmen nicht kennt und dazu noch von einem wortkargen ehemaligen Soldaten begleitet wird. Afghanistan, wenn ich mich nicht täusche. Und auch wenn Sie zu Recht vermuten, dass die Straßen Londons Ohren haben, so könnte es Ihnen in Zukunft doch zum Vorteil gereichen, wenn Sie nicht die erstbeste Kutsche nehmen, die verfügbar ist. Auch Kutsche haben, Ohren. Sofern Sie sich dazu entschließen, sie zu benutzen. In einem sind Ihre Vermutungen sicher richtig. Ich war es, der die halbblütige Kreatur zurück in das Zimmer in Shoreditch gelockt hat. Falls es Ihnen ein Trost ist, nun, da Sie von den privaten Vorlieben des Prinzen erfahren haben. Ich habe ihm weißgemacht, ich werde ihm eine junge Frau zuführen, die aus einem Konvent in Cornwall geraubt sei und noch nie zuvor einen Mann zu Gesicht bekommen habe. Eine Frau, die allein bei seiner Berührung und dem Anblick seines Gesichtes in schieren Wahnsinn verfallen würde. Hätte es diese Frau tatsächlich gegeben, er hätte sie genommen und sich an ihrem Wahnsinn gelabt, wie der Mensch, der das Fruchtfleisch aus einem reifen Pfirsich saugt und nur die Haut und den Kern zurücklässt. Ich habe Sie dergleichen tun sehen. Ich habe Sie weitaus Schlimmeres tun sehen. Das ist der Preis, den wir für Friede und Wohlstand zahlen müssen. Der Preis ist viel zu hoch. Der gute Doktor, der derselben Meinung ist und in der Tat unser kleines Theaterstück verfasst hat, denn er verfügt über ein nicht unerhebliches Talent, den Geschmack des breiten Publikums zu treffen, der gute Doktor wartete mit seinen Messern auf uns. Ich sende Ihnen diese Nachricht nicht, um ein Fang-mich-doch-Spiel zu beginnen, denn wir sind längst verschwunden, der gute Doktor und ich, und Sie werden uns nicht finden. Ich will Ihnen vielmehr mitteilen, dass es, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, ein gutes Gefühl war, einen würdigen Gegner zu haben. Einen weitaus würdigeren als die unmenschlichen Kreaturen von jenseits des großen Abgrunds. Ich fürchte, die Strandplayers werden sich einen neuen Hauptdarsteller suchen müssen. Ich werde nicht mit Vernet unterschreiben. Bis die Jagd zu Ende und die Weltordnung wiederhergestellt ist, erinnern Sie sich an mich bitte nur noch als Rache. Inspektor Lestrade rannte aus dem Raum und rief nach seinen Männern. Sie ließen sich vom jungen Wiggins zu dem Ort führen, in dem der Mann ihm die Nachricht gegeben hatte, als ob Vernet, der Schauspieler, dort in aller Seelenruhe seine Pfeife rauchen und auf sie warten würde. Vom Fenster aus beobachteten wir, wie sie die Straße hinunterliefen und schüttelten den Kopf. Sie werden jeden Zug, der London verlässt, anhalten und durchsuchen. Jedes Schiff, das von Elbinien aus Richtung Europa oder Neue Welt aufbricht, sagte mein Freund. Auf der Suche nach einem hochgewachsenen Mann und seinem Begleiter, einem kleinen beleibten Arzt, der leicht humpelt. Sie werden die Häfen schließen. Jeder Weg aus dem Land hinaus wird versperrt werden. Dann glauben Sie, dass Sie sie fangen werden? Mein Freund schüttelte den Kopf. Vielleicht irre ich mich, meinte er. Aber ich würde wetten, dass er und sein Kumpel sich in diesem Augenblick nur ein paar Meilen von hier inmitten des Elendsviertels von St. Charles aufhalten, wo die Polizisten sich nur im Dutzend hinwagen. Dort werden sie sich verstecken, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und dann werden sie sich wieder ans Werk machen. Wie kommen Sie darauf? Weil es das ist, was ich an ihrer Stelle tun würde, antwortete mein Freund. Übrigens, Sie sollten diese Nachricht verbrennen. Ich runzelte die Stirn. Aber das ist doch sicher ein Beweisstück, sagte ich. Es ist aufwieglerischer Nonsens, entgegnete mein Freund. Und ich hätte sie verbrennen sollen. In der Tat erzählte ich Lestrade, als er zurückkam, ich hätte es getan, woraufhin er mir zu meinem gesunden Menschenverstand gratulierte. Lestrade behielt seine Arbeit, und Prinz Albert schrieb meinem Freund ein Dankeschreiben, in dem er seine detektivischen Fähigkeiten lobte, auch wenn er bedauerte, dass der Mörder sich noch auf freiem Fuß befände. Man hat Cherry Vernet, oder wie sein richtiger Name auch lauten mag, noch immer nicht gefunden. Noch hat man eine Spur von seinem mörderischen Begleiter entdeckt, den man vorläufig als einen ehemaligen Militärarzt namens John oder auch James Watson identifiziert hat. Seltsamerweise hat sich herausgestellt, dass auch er in Afghanistan gedient hat. Ich frage mich, ob wir uns je begegnet sind. Meine Schulter, die die Königin berührt hat, macht weiterhin Fortschritte. Das Fleisch wächst nach und heilt. Bald werde ich wieder der Scharfschütze sein, der ich einst war. Eines Nachts vor einigen Monaten fragte ich meinen Freund, als wir alleine waren, ob er sich an die Korrespondenz erinnerte, von der der Mann, der sich selbst Rache nannte, in seiner Nachricht sprach. Mein Freund sagte, erinnere sich gut, und dass Siggersen, denn so nannte der Mann sich damals und behauptete, ein Norweger zu sein, von der Gleichung meines Freundes zu einer wilden Theorie angeregt worden sei, die Beziehung zwischen Masse, Energie und hypothetischer Lichtgeschwindigkeit betreffend, reiner Nonsens natürlich, sagte mein Freund ohne zu lächeln. Doch nichtsdestotrotz genialer und gefährlicher Nonsens. Irgendwann ließ der Palast verlauten, dass die Königin mit dem Ergebnis der Untersuchung zufrieden sei, und damit wurde die Akte geschlossen. Ich glaube jedoch nicht, dass der Fall für meinen Freund je erledigt sein wird, nicht eher, als bis einer von beiden den anderen getötet hat. Ich habe die Nachricht aufgehoben. Ich habe in diesem Bericht Dinge erzählt, die besser nicht erzählt worden wären. Wäre ich ein vernünftiger Mann, würde ich all diese Seiten verbrennen. Doch hat mein Freund mich nicht gelehrt, dass selbst Asche ihre Geheimnisse preisgeben kann? Stattdessen werde ich diese Seiten in einer Geldkassette deponieren und meiner Bank die Anweisung geben, die Kassette erst dann zu öffnen, wenn alle jetzt noch lebenden Personen schon lange tot sind. Obwohl dieser Tag, bedenkt man die aktuellen Ereignisse in Russland, möglicherweise gar nicht mehr so weit entfernt sind, wie wir alle denken. S. M. Colonel in Ruhestand. Baker Street, London, Albany, 1881.